Hallo Leute, ich bin's wieder, der Kautschian, es geht weiter. Und eine Möhre, okay. Und du Bastard, verschwinde. Keiner will dein Freund sein. Okay, ich glaube, wir fliegen einfach mal durch. Die beste Idee, die man machen kann. Und bitte schafft noch diese Glocke, super. Goal! Goal, wir haben's geschafft, super. Und kriegen wir was Süßes, kriegen wir was Süßes. Ja, drei Leben dazu. Männer. Und Leute, schreibt in den Comments, wie euch dieses neue Projekt von mir gefällt. Ob es euch ansagt, oder ob es euch nicht gefällt, alles will ich wissen. Und du, lass mich durch hier, danke schön. Und ein fliegender Gumba, ein fliegender Gumba. Und Bäm. Oh, scheiße. Und eine Taube mit einem viereckigen, nein, äh, flachigen. Okay, so, das gibt's ja. Äh, in Wirklichkeit nicht, aber egal. Ihr sagt's einfach mal so. Äh, okay. Glocke getroffen. Gespeichert. Und... Oh, scheiße, das war knapp. Okay. Ich will hier durch. Oh, scheiße, das war knapp. Der, 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 der Gumba. Und Gumba ist tot. Oh, scheiße. Ich glaube, gleich kommt der Boss. Ey, kannst du mal schneller fliegen hier? Okay, jetzt kommt der Boss. Was ist das für ein... Geile Musik. Ich glaube, ich muss auf sein Kopf springen. Achso, ich muss wirklich auf sein Kopf springen. Okay. Ach, fick dich. Wartet. So, Leute, es geht weiter. Und ich lass mich nicht von diesem Spaß hier verarschen. Und komm her, komm her. Und Bäm. Ekliger Vogel. Guck deine Mama an. Guck deine Mama an. Und... Fick dich. Komm her, komm her. Ich muss sowieso in die Ecke. Komm her. Und Bäm. Der Boss ist tot. Okay, die Musik ist etwas zu laut. Und wir haben die erste goldene Münze. Marieland 2. Die sechs Münzen. Und das Tor sieht gut aus. Und wir haben die Waldmünze. Okay, ich hab's verstanden, aber die Musik ist etwas zu laut. Dankeschön. Okay, wir haben die erste Welt erobert. Super von uns. Und was ist das für eine Welt? Oh... Oh, nein. Nein, nein, nein. Gumbas, nein, nein. Oh nein, fliegende Gumbas, nein. Ich hab keinen Bock drauf. Gumbas, verpisst euch. Ich will hier durchlaufen, aber geht ja nicht, weil es ein... Rollingfeld, oder wie das noch heißt. Oder Scrollingfeld. Hab ich letztens erst gehört. Dafür wusste ich nicht mal, wie das heißt. Aber egal, ich merke mir sehr viel was. Aber ich glaube, das ist das erste, was wir gemacht haben. Töten wir die Gumbas mal am Ambuklauf. Keiner mag die Gumbas. Wir sehen hässlich aus. Du, du, du... Äh, stirb hier. Stirb! Grüße, Satan von mir. Äh, nein. Nichts falsch verstehen hier. Okay, Leute? Äh... Okay. Okay, ich bin ATS. Und nicht falsch verstehen hier. Äh, du... Warum gucken die Berge uns so böse an? Äh, du, 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 du... Ey, geht's mal... Hä, gibt's noch was anderes als dieses scheiß Level? So, ich glaube, wir sind da. Okay, wir haben's geschafft. Äh... Okay. Okay. Okay, wir machen mal dieses New Platt hier. Äh, du, 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 du... Äh, was? Oh! Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich weiß jetzt schon, das wird ekelhaft. Das wird einfach ekelhaft. Einfach ekelig. Ey, ich muss die ganze Zeit jetzt rumfliegen, oder was? Komm ich aber irgendwann mal an ein Ziel an? Äh, okay. Äh... Taubos, okay. Äh, okay, okay. Ich weiß, zu viel okay ist, aber egal. Ich weiß ja nicht, wo ich hinfliegen muss. Und das war jetzt ein großer Fehler. Nein, das war kein großer Fehler. Oder doch? Und doch, das war... Nein, nein, das war kein großer Fehler. Verdammte Scheiße, nochmal, wo muss ich hin? Achso, achso. Okay, ich bin am Ziel. Du, 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 du... Bäm! Äh, wartet. Alle Leute. Ach, Entschuldigung. Äh, ich war kurz ja weg. Was sag ich hier? Okay, es geht weiter. Äh, ich war kurz verwirrt. Oh, wir sind auf dem Mond. Dö, 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 dö. Oh nein, was sind das für Schweine? Die muss man töten. Die muss man einfach töten. Oh, scheiße. Jetzt kriege ich das nicht mehr, oder? Oh, scheiße. Diese... Okay, die Musik gefällt mir schon. Kriege ich auch etwas? Nein. Nein. Ich glaube, hier komme ich später, Mann. Space Zone komme ich später. Ähm, wie... Ach, scheiße. Ach, egal. Okay. Wir gehen mal in das Haus hier. Sieht irgendwie interessant aus. Die... Makrosone. Okay. Ich glaube, das heißt Mikrosone, weil... Wir sind jetzt winzig. Oh, das ändert mich ein bisschen an Shaki. Wie erwähnt bei Super Mario Advance 2. Äh, diese komischen Shakis. Und diese Ameisen sind etwas merkwürdig. Die haben Stacheln und alles. Und ein bisschen Lava hier, oder ist es ein bisschen... Du... Ich sagte nichts. Ich sagte nichts. Ich habe mich beruhigt. Äh, okay, du komische Spinne. Ach, das war knapp. Ich will einen Pilz haben hier. Achso, ich glaube, ich gehe mal in den unteren Weg. Da ist ein Pilz für mich, glaube ich. Du, 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 du. Die Musik ist etwas merkwürdig, aber egal. Ein Pilz. Ein Pilz. Wir haben einen Pilz bekommen. Und... Diese komischen Teile regen mich auf. Aber mich regt auch alles auf. Weil ich einfach crazy bin. Ich bin crazy, ja. Okay. Okay, okay. Ich komme hier durch. Er hat ein Laser auf dem Kopf, oder was? Ist das wie eine komische Welt? Verdammte Scheiße, nochmal. Oh, Scheiße. Ich weiß, jetzt wird es schlimm. Wartet. Okay, es geht weiter. Ich muss kurz was wieder machen. Bin viel beschäftigt hier. Ich glaube, ich habe noch drei Minuten oder so. Glaub ich jetzt mal. Ich weiß nicht ganz genau. Äh, okay. Okay. Und der wird Stachen holen. Und das Laser ist eine Ameise. Und fliegt hier. Flieg und Sieg. Die, 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 die. Ich habe elf Leben. Äh, okay. Ach, fick dich doch. Ja, ich weiß, ich habe epic viel gemacht. Okay. Äh, ich glaube, ich bin sehr weit gekommen. Wer ein Anfänger. Und das nehme ich nicht bestimmt nicht an. Weil, weil ich denke, ich bin viel, ab, bin weit gekommen, weil ich habe schon eine Welt geschafft. In einem Part oder in zwei Parts, aber trotzdem. Oder Scaraborn. Scaraborn. Du hast es verraten. Schäm dich. Und deine Pokémon-Freunde auch. Fick dich. Hopp. Ach, ich beruhige mich. Ich beruhige mich. Ich beruhige mich. Äh. Äh. Du kleiner Spastik. Du kleiner Spastik. Wieso hast du mich aufgeregt? Wieso? Wieso? Äh, okay. Wartet. Okay, Leute. Es geht weiter. Äh. Wir haben noch eine Minute. Und ich bin tot. Okay, ich bin tot. Ich habe eine Minute und ich bin tot. Äh. Scheiße. Dööö. Ach, scheiße. Ich hasse dieses Level. Stirb. Und du. Verpiss dich. Keiner. Und. Nein. Ich fahre nicht zweimal auf den gleichen Trick. Vielleicht manchmal, aber trotzdem. Ach, scheiße. Fick dich. Scaraborn. Fick dich. Das Ash verraten. Das geht einfach nicht. Wartet. Äh. Ich gehe jetzt runter. Und. Ach, scheiße. Und. Ich bin tot. Okay. Und. Wartet. Und. Wir sehen uns im nächsten Part weiter. Tschüss.